Wie ist das EKG-Kurve? Für Gesundheit und Krankheit. Doch wie kommt das EKG zustande? Was sagt es aus? Was sagen diese Kurven, diese Zacken, diese Hügel und die dazwischenliegenden Linien aus? Wenn wir diese Frage beantworten wollen, stellen wir den Herzschlag auf Slow Motion und beobachten den elektrischen Impuls im Herzen, im Verlauf der Anspannungs- und der Füllungsphase und wir beobachten dann parallel dazu den Verlauf der EKG-Kurve. Betrachten wir zunächst mal die elektrischen Impulse im Herzen. Sie beginnen im Sinusknoten, hier im rechten Vorhof, verlaufen über den A-V-Knoten in die Herzmuskelzellen des gesamten Herzens. Wenn wir das in der extremen Slow Motion verfolgen, können wir sehen, dass der Impuls im Sinusknoten zu einer Erregung zu einer Erregung der Vorhöfe des Herzens erfolgt und die Erregung der Vorhöfe ist diese P-Kurve. P-Vorhof Diese Gerade zwischen der P-Kurve und der R-Zacke ist die Zeit, die die Erregung braucht, um von den Vorhöfen zu dem ersten Sammelpunkt des elektrischen Impulses im Bereich der Herzkammern zu kommen, dem sogenannten Atrioventrikulärknoten, also dem Punkt, dem Knoten, dem elektrischen Impulsknoten zwischen den Atrien, den Vorhöfen und den Kammern, den Ventrikeln. Wenn wir die Herzfunktion weiter bewegen, dann sehen Sie, dass wir jetzt den Impuls genau an diesem Knoten verfolgen können und er erreicht jetzt die Kammer-Scheidewand und ist dabei, die gesamte Kammer zu erregen. Und genau das ist der Moment, wo wir im EKG den höchsten Ausschlag bekommen. Dort nämlich, wo der Impuls sein größtes Ausmaß erreicht, wenn er nämlich die gesamten herzmuskulzellen Billionen von ihnen gleichzeitig mit elektrische Energie erregt, damit sie sich zusammenziehen. Wenn wir den Impuls dann weiter verfolgen, bildet sich die Erregung aus und nach Vollendung der Auswurfphase, also nach Vollendung der Pumpfunktion des Herzens, kommt es zur Rückbildung dieses Impulses. Und genau das ist die T-Welle, also eine Rückbildungswelle dieser, wie man in der Fachsprache sagen würde, dieser depolarisierten Herzmuskelzellen hin zu einer Repolarisierung, also hin zu einem Normalzustand. In der Phase der Entspannung und der Füllung des Herzens gibt es keine elektrische Erregung, deswegen gibt es hier im EKG eine Nulllinie zwischen diesen beiden Herzschlägen. Lassen wir das Ganze nochmal in Bewegung ablaufen, Füllungsphase, keine Erregung, jetzt fängt die elektrische Erregung, Vorhöfe, Kammern und Entspannungsphase. Füllungsphase, keine Erregung, Vorhoferregung jetzt, Kammererregung jetzt und Rückbildung des elektrischen Impulses. Vorhoferphase, P-Welle, Kammererregung, QRST und die T-Welle dann die Rückbildung der Kammer.